Wir haben ja aufgehört zu reden und das dürfen wir das ganze noch irgendwie ausfüllen. Irgendwie schon, ja. Wir lassen Timon singen und schneiden es hier rein. Finde ich gut. Okay, das ist ne super Idee. Timon singen lassen. Und damit seinem englischgleichen Gesang alle Leute beglücken kann. Er singt aber auch so toll. Lauter Müll. Die ganzen Ketten-Altern sind noch besser als die blieben Platten-Alterns. Leute, ich merk schon wie wieder meine Motivation im Bach runtergeht. Selbstbaut-Auge! Wuuuuhuuu! Alter, springt das Ding weiter, das hat kein Fliegen mehr. Nöp! Alter! Einmal langsamer Fall drauf. Das hab ich mitbekommen. Ich kann heute mal getaufen. Kuppel, 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 kuppel! Huuuuut! Huuuut! 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 Huuuut geht auf Taubstation. Tiefe 3000 Fuß. Huuuut! Huuuuut. Vielleicht beschwippst. Huuuuut! Tu mal los! Nächste Quest. Ich bin dir auch schon alles so total neblich. Nö, mich haben die bestätigte Haupt noch nicht ganz erwischt. Stimmt welcher derjenige, wo der durchgeritten ist. Du bist dann hinterher. Oder du bist dann außen. Okay, das ging noch. Mein Pferd ist zu dumm zum Scheißen! Ja, sag einmal, was da los ist. Alles ruhig. Gott! Ich hab Gott seine Wut im Magen! Was schlaberst du? Ich bin im Boot! Wo gehen wir jetzt hin zum Fragezeichen? Zum Kreaturenkadaver sammeln. Ach so, also müssen wir einfach bloß tauchen. Ja, ich kann die wiegen. Oh, ich hasse es auch nicht. Okay, ich bin eine Kugel mit... Ah, okay. Bist du eine Kugel? Ja, ich bin eine Kugel mit Jetpack. Die Schwarzjäger sollen bloß weg bleiben, ey. Wie viele hast du schon? Eins. Hm, hab ich einen mehr als du. Jetzt hab ich zwei. Wie stört der Scheiß-Kenten, der mir die ganze Zeit hinterher schreibt. Unter ... Das ist Nummer 3 und 4. hier austin was hier geef 7 5 8 9 um nur schön ich kratzen ganze Peter Berliner Wahlhai der wurde hier angespült Trumpf nicht Das hat alles der Schlamm. Der steckt mir im Kopf hier. Wo? Der Arme. Ich hab das Gefühl, ich hab doch keine Lust bis zum nächsten Level. Geh weg! Ja, jetzt! Nerf nicht! Du musst dir irgendwas anderes überlegen, als die Dauer nur zu viel. Das ist keine Dauerlösung. Und ab! Und weiter geht's. Auch. Das ist wie einer an der Backe. Es sind auf einmal schon drei. Ich will jetzt sagen, ich glaube, du hältst es nicht ewig aus, so viel Asur zu haben. Wollen wir wetten? Ich brauche noch einen verfickten Tierkartner. Schauen wir auf keinen Agrum mehr. Nein. 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 Ich will nicht mehr! Es ist gerade Unterhaltung pur und Chrissy hier im Heim, bei dem Versuch, eine Kreatur von Pais halten wegzusehen. Das war irgendwie komisches Deutsch, aber egal. Ich weiß. ihr kriegt mich niemals! Wir werden nach vorn hinter dem Zaun übern Berg freaking abkürzungen. Ne. Wenn, dann stehen wir nötig vor STEMM. Wir lassen uns nicht geredet werden. Oh, ich hab vergessen. OICH, SCHOL! SCHOL! Oh. Beide in die Hand. Scheiße. Bleib weg. Meine Phrasen hier. Nervenkitzel pur. Ich merke schon, ich werde noch älter. Bis die Folge vorbei ist, bin ich 21. Ich hab jetzt gerade 20. Wie ist er gerade 20 geworden? Ich glaube, wir können jetzt benutzen. Manche... Müssen wir die jetzt abnutzen. Und was kann dieser tolle blaue Duba-Kreis da? Keine Ahnung, ich glaub das ist Dekoration. Alles nur Deko. Alter Mann, wie man wenden. Und dafür kriegen wir 6000 EP. Ist doch nichts heutzutagefest. Nicht schlecht, Herr Sprecht. Ich lebe. Also wir nehmen jetzt nach 8 Minuten auf. Und dann hören wir auf. Um 16.50 Uhr müsst ihr aufwauen? Richtig. Okay. So Leute, jetzt wisst ihr grad wie viel Uhr es bei uns ist? Das sehen sie sowieso die ganze Zeit. Glaubst du, dass irgendjemand da auf die Uhr schaut? Weil es ihn grad so brennend interessiert? Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ach, wir haben keine Kids mehr hier oben. Wir müssen ein anderes Festgebiet suchen. Ich würd sagen, wir gehen zu diesem Punkt mitten im Wasser. Zu dem Eisverkäufer nämlich. Ähm, ja. Ich bin zu Fuß auf der Wegs. Offroad. Gebe mir mein Boot. Ich bin auf der Couch. Ich bin auf der Couch. Dann dreh dein Boot. Ich bin auf der Couch. Dann dreh dein Boot. Ich bin auf der Couch. Und einmal im Kreis gefahren bist jetzt. Bühnen. Was? Und diese Folge nennen wir... Los, dreh dich! Okay, ich bin irgendwie auf Grund gelaufen. Oh Gott! Alle wollen Eiscreen und finden den Tod. Tolle Quest. Ich brauche dieses verdammte Schiff. Ich bin noch drauf. Ich gebe die mal so auf! Ich habe irgendwer die Schiff. Naaaahhh! Diese taucht jetzt nach unten. Hallo? Ach halt, falsches Schiff. Das war mein Plus. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Oh Gott, ich hole die toten Angestellten hoch und du tötest die Viecher da. Ja, nicht so weiter, ne? Tätsel abläuft. Kannst aber meine Viecher looten. Das war der Plan dahinter. Wie viel Schleim hast du schon? Ähm... Zwei. Aber ich kann so weiter bei drei auf einmal zu verhören. Ja. 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 Okay. Ja. Da ist die Gegenteil. Oh, scheiße. Ja, irgendwie hängen wir schnell die letzten 3 auf hier. Sind nämlich alle hier schön neben der Mann da. Ohne die heilige Flamme macht das nicht so viel Spaß. Ja, die kommt aber erst in 4 Ländern. Das werden wir heute nicht mehr erleben. Aber vielleicht im nächsten Monat. Eingeklemmt zwischen 2 Schiffen auch nicht schlecht. Das wäre gut. Von diesem Ort. Alles klar! Alles klar! Ein Furcht, ein Wurcht von diesem Ort! also wir hatten noch 3 Minuten Nein, wir haben nur noch 2 Minuten Ok, jetzt ist es noch 2 Ok, dann gehen wir aufs Hauptschiff und gehen ins Gasthaus, damit wir neue Erholung kriegen Bis nächste Mal Chris hat dann wieder seinen Duschtern hochgebunden Jo Ich sitze auf meiner Schachtel Zigarillas Na dann Na dann So 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 Haben wir aber fast zum Teil, mehr oder weniger. Naja dann, also, egal, ich sag jetzt nichts mehr. Mit diesem wunderbaren Anblick von zwei tanzenden Menschen verabschieden wir uns von dieser Folge und dieser Aufnahme. Die sehr wortkarg war zum Schluss hin, aber gut, wir werden da noch Timon einfügen, wenn er singt. Ich will heute Abend noch eine Aufnahme von ihm, wo er singt. Alles klar. Gut. Ich nehme halt mit ihm eh nach Diablo 3 aus, dann ist auch die Folge ausgegangen. Sieht alles auf einmal aus, immer. Ja, es ist immer total schlimm. Na okay, also dann, haut rein und es ist jetzt 16.50 Uhr, also ciao. Ich glaube, ich habe den Knopf nicht getroffen.